gut wenn du schon tanken und gleich weil dann können wir dann vielleicht nicht ausgehen das musste ich ausgehen ich habe noch extra stehen ach gut ich weiß jetzt nicht, muss ich hoffen mal durchfahren d 20 20 20 20 20 22 und dessen gibt es abzüge und einkommen so kurzer check 1.100 km noch vor uns da muss man fix am schlafen in 1.100 km 16 Stunden noch weiter, da muss man fix am schlafen so schon, da muss man tanken hinter uns wenn wir so um 5 schlafen gehen oder um 4 da kann man am Tag an wenigstens da passt ich weiß Bescheid ich bin total ich bin total ich bin total Nächstes Ziel Deutschland. Nächstes Ziel, Nächstes Ziel, Nächstes Ziel. Nächstes Ziel, Nächstes Ziel. Nächstes Ziel, Nächstes Ziel. Nächstes Ziel. Nächstes Ziel, Nächstes Ziel. Nächstes Ziel, Nächstes Ziel. Nächstes Ziel, Nächstes Ziel. Nächstes Ziel. Nächstes Ziel, Nächstes Ziel. Nächstes Ziel, Nächstes Ziel. Nächstes Ziel, Nächstes Ziel. Nächstes Ziel, Nächstes Ziel. Nächstes Ziel. Nächstes Ziel. Nächstes Ziel. Nächstes Ziel. Nächstes Ziel. Ich kann euch sagen, dass wir jetzt die Hälfte haben, von der Strecke, also nicht ganz so die Hälfte, aber die Hälfte, die, ja die Hälfte quasi jetzt, seitdem wir von Eddingburg weggefahren sind, haben wir die Hälfte jetzt, sonst war es schon ein bisschen über die Hälfte. Wir gehen jetzt nach Hobsenburg, wir wollen in Richtung Köle, Gülen. Sollen, wir wollen in Richtung Köle, Gülen. Sollen, wir wollen in Richtung Köle, Gülen. Das war's für heute. Okay. In Belgien sollte man auch ziemlich schnell durch sein. Grün liegt ja auch genau am anderen Ende des Tschechens. Also wir fahren ja quasi durch ganz Tschechien durch. Deswegen vermute ich jetzt, wird dann bald die Grenze gleich kommen. Ja, Ligier, nach Ligier kommt, nach Lüttich kommt eine Grenze. Wir haben ja jetzt noch 1000 Kilometer. Ja, also... Ja. 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 Das ist die Grenze. Da muss man dann gar nicht zurückschalten. Das ist die Sprengeschwindigkeit in Deutschland. 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 Das war's. Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Okay. Das ist auch so cool. wie soll ich betone immer wieder sind sehr ruhig ist jetzt wannen für mich was aber spaß es entspannen zu machen möchte man ab welcher sowieso aufgaben Wir wissen, die Folgen hat immer weit voraus produziert, dass sich aktuelle Themen jetzt nicht so oft aufgreifen. Aber ich kann euch sagen, wahrscheinlich, wann diese Folge kommt, vor Weihnachten. Einen guten Rutsch. Aber vor Weihnachten wünsche ich ja wirklich. Sollte ich ausgehen, dass es kurz vor Weihnachten kommt, die Folge nämlich. Sollte ich mich. Dampampampampampampampampamp. Dampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampamp Das ist sehr schön auf jeden Fall. Kommt der Sache näher. Da jetzt bald schon wieder einen Schlafplatz. Hallo, ich bin ein so nützlich und ich gehe. Kommt der Sache hin! Ich bin ein Schlafplatz. Das ist ein Schlafplatz. Ich bin ein Schlafplatz. Ich bin ein Schlafplatz. Untertitelung des ZDF für funk, 2017